liebe freunde einen wunderschönen 20 dezember wir haben es jetzt 16 45 ich habe es heute mal wieder nicht geschafft vorher das video aufzunehmen es ist zum kotzen ich bin mir nicht mal sicher ob ich es jetzt schaffe auch gleich noch raus zu gehen am heutigen tage oder ob ich das auf morgen verschieben muss das seht ihr dann im video heute ist wirklich sehr sehr zeitintensiv und stressig ich habe es nicht mehr geschafft meinen adventskalender heute zu öffnen welchen haben wir denn den 20 ich habe schon vergessen aber es sind nur noch vier tage dann ab morgen bis weihnachten bzw bis heiligabend ich habe das paket in der hand und nun werden wir erstmal einmal schnell durch die wohnung gehen euer paket holen da bin ich sehr gespannt drauf was wir heute denn so schönes haben licht und wir nehmen uns für heute eine kleine mini schachtel da bin ich sehr gespannt auf jetzt was was da so geht was da eingepackt wurde ich würde sagen ich mache das mal schnell aufwarten freunde ich habe es mal ausgepackt wir haben die horror house in drin gehabt super geiler artikel da freue ich mich drauf leuchtthaler mit blitzeffekt sehr sehr cool das andere paket zeige ich euch mal lieber nicht das ist was privates und ja aber auf die dinger freue ich mich sehr doll muss ich schon sagen ich pack mal einen aus jetzt langsam muss ich sagen kommt auch sehr sehr stark die vorfreude vor allem auf den verkauf ich war heute schon bei lidl habe nach dem prospekt geguckt bei mir gibt es leider aber noch kein finde ich ein bisschen blöd aber gut so ist es nun mal manchmal dafür hoffe ich dass der prospekt die tage kommt gut ich sage mir raus und zünden die schön blitz lichter viel spaß llega letztes 39 ein 2 2 Und 3 5 5 6 das sieht so geil aus aber leider liegt kein schnee mehr gleich hat es sich ausgeblinkt und dann wünsche ich euch ganz viel spaß mit dem nächsten video liebe freunde